Musik Wir wünschen für das ganze Haus von diesem heilen Jahr Wir wünschen Glück und Sehend, gesundheit bevor Wir wünschen Leben, Einigkeit und Lebensreiniger Und wenn das Jahr vergangen ist, ein Glück ist wiedersehen Musik Ihr liebe Bevölkerung von Söcher und Übersbach, liebe Blasmusikfreunde von nah und fern Die Musikerinnen und Musiker würden jetzt in den Vorbereitungen für das Neujahrsspielen stecken oder gar schon an ihre Tür klopfen, um die Neujahrswünsche zu überbringen Das Jahr 2020 ist etwas anders Sie wissen es, wir wissen es Lieber und gern hätten wir unsere hochgehaltene Tradition, das Neujahrsspielen, das persönliche Überbringen der Neujahrswünsche durchgeführt So leid es uns auch tut, unter den aktuellen Umständen und geltenden Maßnahmen ist es heuer nicht möglich Trotz allem möchten wir, der Musikverein Söcher, alle Musikerinnen, Musiker und Magidenterinnen, Ihnen die Neujahrswünsche überbringen Diesmal etwas anders Natürlich mit unserem traditionellen Kalender, aber mit Postdorf-Sendung bzw. auf elektronischen Wege Die Musikerinnen und Musiker wünschen Ihnen alles, alles Gute für das neue Jahr Einen guten Rutsch, vielleicht diesmal etwas ruhiger und vor allem viel Gesundheit Und in diesem Sinne gehen wir auch optimistisch in das nächste Jahr und freuen uns schon riesig auf das nächste Wiedersehen auf das nächste musikalische Wiedersehen Alles Gute, bleiben Sie gesund Tschüss! Tschüss! Musik Musik